Herzlich Willkommen bei Binari. Du bist stolzer Besitzer eines HIC-Mikro-Wärmebildvorsatzgerätes, eines TH19C, eines TH35C oder sogar eines TQ50C und es geht dir ziemlich auf die Nerven, dass gut nach 2,5-3 Stunden Nutzung deine Batterie bereits leer ist, dann haben wir vielleicht eine Lösung für dich. Bleib dran! Wir freuen uns, euch in Kürze einen Batteriefach-Extender für die HIC-Mikro-Thunder-Familie anbieten zu können. Mit diesem Batteriefach-Extender seid ihr dann in der Lage, euer HIC-Mikro-Thunder mit zwei CR16650 Hochleistungs-Akkus zu bestücken und eure Akku-Lebensdauer auf gut 6 Stunden zu erhöhen. Zunächst muss der Batteriefach-Deckel demontiert werden. Im Zusammenwirken mit dem Extender wird er aber später wieder das Batteriefach verschließen. Der Batteriefach-Deckel wird nun mit Hilfe der zugehörigen Schrauben mit dem Batterie-Extender verschraubt. Nun kann der Extender auf die ursprüngliche Position des Batteriedeckels aufgekippt und mit zwei beigelegten Madenschrauben zunächst auf der Oberseite befestigt werden. Abschließend wird der Batterie-Extender auf der Unterseite mit einer Innensechskant-Schraube M3 fixiert. Nun finden die beiden 16650 Akkus ihren Platz. Einem ausgiebigen Ansitz steht nun nichts mehr im Wege. Der Venari-Batterie-Extender ermöglicht es euch, euer Thunder auf eure individuellen Bedürfnisse hin zu optimieren. Vor allem während der Pirsch ist es doch unfassbar beruhigend zu wissen, dass ich mir um solche Dinge wie Akkulaufzeit keine Gedanken machen muss. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für euren Support in der letzten Zeit bedanken. Gebt uns weiterhin einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und betätigt die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Bleibt uns gewogen, weit man's heil, euer Venari-Team.